Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei JustChristian. Heute ist der 24.12., das heißt es ist Weihnachten und für mich so ein bisschen die Möglichkeit, einen kleinen Rückblick von diesem Jahr zu machen. Ich mache dieses Video ganz, ganz kurz, es sind nur ein paar kleine Worte. Ich habe diesen Kanal gestartet im Februar, im März kam mein erstes Video und jetzt habe ich Stand eben gerade 650 Abonnenten. Deswegen geht mein erster dicker Dank an euch da raus. An diese 650 Leute, das ist für mich bombastisch. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass da überhaupt so viele Leute meine Videos gucken und sich diesen Blödmann da angucken, der über Handys redet. Vielen, 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 vielen Dank und ich freue mich schon auf das neue Jahr und die Zukunft, um weiter mit euch Videos zu machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ein weiterer Dank geht natürlich an meine Familie, weil auch wenn es ein Hobby ist, nimmt es mittlerweile sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und wenn meine Familie das nicht tolerieren würde und würde sagen, nein Mann, du musst eher bei den Kindern oder sonst wo bleiben. Natürlich, die sollen auch nicht zu kurz kommen, aber die lassen mir die Zeit, die lassen mir den Raum und ohne die wäre das überhaupt nicht machbar. Genauso wie euch Abonnenten. Ohne euch macht das keinen Spaß und ohne meine Familie würde das nicht funktionieren. Ein weiterer Dank geht auch an die ganzen Firmen oder die ganzen, ich bin ja noch ein Mikro-YouTuber, an die Firmen, die mich unterstützt haben dieses Jahr. Das ist in allererster Linie Oppo, die mir drei, vier Geräte geschickt haben. Oh, jetzt bin ich gerade unten eine Uhr und Kopfhörer und so weiter. Deswegen vielen Dank an Oppo, dass ihr mich regelmäßig mit Leihgeräten unterstützt und mir auch freie Hand lasst, wenn es um meine Meinung geht. Also ich habe da nicht irgendwie was unterschreiben müssen, dass ich das Ding oder die Handys immer dann nur so positiv werde. Nein, nein, freie Hand. Dann auch vielen Dank an Vivo. Ja, ich weiß, ihr habt dazu noch kein Video auf meinem Kanal gesehen. Die haben mir gleich zwei Smartphones geschickt. Das ist alles in Arbeit, in der Mache. Auch die waren da sehr geil und haben gesagt, na klar, schicken wir dir vorbei, guck dir die Teile richtig an und dann sagst du, was du davon hältst. Das ist total geil und die haben auch noch so einen kleinen persönlichen, handschriftlichen Zettel mit beigelegt und das hat einen super Touch gehabt. Fand ich total klasse. Deswegen auch vielen Dank an Vivo. Ein weiterer Dank geht auch an die ganze Tech-YouTuber-Community da draußen und in allererster Linie den Jojo, Jojo dich meine ich, vom Kanal Flashbox. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal hier, hier, ich weiß nicht mehr, wo das E ist. Egal, könnt ihr mal gucken. Das ist ein geiler Typ. Der hat schon ein paar mehr Abonnenten und der hat schon ein bisschen mehr durch bei YouTube und jedes Mal, wenn ich den anschreibe, anrufe, dann hat der immer ein offenes Ohr für mich und hilft mir da. Und genau das macht diese ganze Geschichte so interessant. Diese Community, die man hat, wo man sich gegenseitig unterstützt. Deswegen, ich muss keine 412 Millionen Tausend Abonnenten haben, solange ich diese kleine Community habe und da auch Leute kennengelernt habe, die mir da nicht nur helfen, sondern mit denen man sich auch da unterhalten kann und machen kann. Und es ist echt immer spaßig. Es ist nicht nur der Jojo, es sind auch noch viele anderen, die da in Zukunft auch eine wichtige Rolle bei meiner ganzen YouTube-Geschichte spielen. Und ich hoffe, dass sich das immer weiter ausbaut, die ganze Geschichte. Wie gesagt, es ist nur ein Hobby von mir. Und jetzt rede ich schon wieder viel zu viel. Also kurzum, vielen, vielen Dank an alle, die mir an den Kanal, die dieses Projekt Just Christian, es soll ja auf lange Sicht Gutes tun. Hätte ja mal gucken auf meinem Kanal. Da habe ich auch schon mal was drüber gesagt. Also auf Dauer, wenn da irgendwelche Einnahmen kommen, werde ich die spenden oder in Giveaways investieren. Also es soll auf jeden Fall nicht mir zugutekommen, sondern euch da draußen zugutekommen. Und deswegen schön, die Leute, die da dran teilnehmen, diese 650 Abonnenten, dass ihr diesem Projekt eine Chance gebt. Und das ist für mich total geil. Das macht mich total stolz. Das macht mich total froh. Und das macht mich auch echt mutig, weiterzumachen. Weil es manchmal, es hat man so Tage, da denkt man sich, oh, jetzt hast du ein neues Video gemacht. Jetzt gucken sich nur 100 Leute an. Aber egal, wenn sie es nur zwei angucken, die zwei, die haben sie es vielleicht gerne angeguckt. Deswegen kann ich einfach nur noch sagen, ich wünsche euch ein frohes Fest. Ich wünsche euch ein paar besinnliche, ruhige Tage. Das Jahr war aufregend genug. Bleibt bitte gesund und kommt auch gut ins neue Jahr rein. Für alle meine Zuschauer, die Weihnachten nicht feiern, weil sie vielleicht einen anderen kulturellen Background haben, wünsche ich trotzdem ein paar entspannte Tage, ein paar vielleicht auch ruhige Tage zum Runterkommen, damit man mit voller Kraft nächstes Jahr wieder weitermachen kann. Deswegen, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.